Wahnsinnig spannend, weil es hier bei diesen ganzen Villen da am Suchen hat keiner aufgemacht. Ist ja klar, es ist ja eine fette Villa mit einem fetten, fetten Zaun und einer fetten Hecke. Wow, und hier, krasse Villa. Ja, und dann bin ich etwas weiter oben, weil da war gerade jemand. Und da habe ich Christian mit seinem Freund da irgendwie was getroffen. Und ja, da hat sie uns herzlich willkommen geheißen. Jetzt können wir aus unserem Feld umziehen in den Garten oder wie auch immer da so. Und den Anstoß dazu gegeben, jetzt nochmal loszugehen und zu fragen, waren ein paar Regentropfen. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört zu regnen. Ja, voll cool. Das bewahrt jetzt so vor dem Schlafplatz frisch gemähtes Heu. Hast du schon erwähnt, dass ich Heuschnupfen habe? Der perfekte Platz zum Schlafen, aber ist nicht. Tja, schon cool. Mal gucken, wie es weitergeht.